Hallo liebe Leute, heute kommen wir zu Übung 7, zu den sogenannten Diamond Liegestütze. Wichtig ist hierbei, dass ihr in euren Händen quasi diesen Diamanten bildet und schaut, dass ihr im Oberkörper mit den Armen ungefähr einen rechten Winkel bildet. Schauen, dass der Oberkörper schön straff bleibt, dass der Oberkörper mit den Beinen in einer Ebene ist. Das Ganze macht ihr dann einfach mit 3x15 Wiederholungen und so habt ihr sauber eure Brust und euren Rezeps trainiert. Ganz, ganz viel Spaß euch dabei und bis morgen.